Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender Video vom Magitex hier und zwar öffnen wir heute Türchen Nummer 13 und heute möchte ich mich entschuldigen wegen dem Video gestern vom Magitex Adventskalender und zwar waren da die Kommentare schwarz könnte durch das Rennen passiert sein aber keine Ahnung weil bei dem Ravensburger Kalender ist hat es ja funktioniert und heute habe ich nur einen großen zwar von chichi real chichi hd nice video grüßt mich bitte er wurde zwar gestern auch gegrüßt aber es war ja leider der Kommentar schwarz falls du auch da drin warst in dem Video von gestern und du möchtest noch mal gegrüßt werden dann tue ich das gerne ja tut mir echt leid aber ist halt jetzt passiert ok so dann öffnen wir mal Türchen Nummer 13 dann gehen wir halt hier so durch öffnen so wir haben drei zwei Karten statt es wären drei hätte mich auch gewundert wir haben hier hat mich auch Robert Lewandowski vom Bayern München angreifer natürlich hat ein angriffswert von 95 abwehrwert von 43 11 Millionen marktwert und es ist die Karte Nummer 260 und dann haben wir noch hier das von Fortuna Düsseldorf Club Logo oder Club Karte wie sehe hier draufsteht das ist die Karte Nummer 82 wie ich sehe hier ja ja das waren diese zwei Karten aus Türchen Nummer 13 ja also wie gesagt falls du das Video jetzt schaust wo du gestern kommentiert wurdest also gegrüßt wurdest aber halt nicht eingeblendet wurdest schreibe es nochmal in die kommentare ich werde dich dann wieder grüßen in dem morgigen Video ja ähm ich hoffe ihr gebt schönen likes auf das Video hier und falls du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt dann lass doch kostenlos ein Abo da und bis morgen und ciao